Giovannis Trading Chancen am Mittwoch, 22. Mai. Handelskrieg nach wie vor in aller Munde. Damit natürlich auch ein DAX-Ausblick für heute, ein bisschen zu Devisen und natürlich auch wieder einiges an Aktien-News und dementsprechende Werte auf meiner Watchlist. Das vollständige Video erhaltet ihr wie immer, indem ihr euch für Giovannis Trading Chancen registriert.